Guten Morgen! Soldaten oder Pläsen, sie lernen, dass sie in Gewässerweich denken oder wenn sie unter Druck kommen, dann werden sie in Gewässerweich reagieren oder Antworten oder sich benehmen in Gewässerweich. Sogar Sportspieler, die lernen, dass sie in Gewässerweich denken oder in Gewässerweich sich benehmen, wenn in Sportspielen ein Gewässerweich passiert, dann wird das ein subconsciouses Denk oder ein Denk, wo du nicht wirklich überdenkst, aber das funktioniert automatisch. Und so, wir wollen unsere Wirten, da wollen wir so sehr lernen, dass sie alle weich von denken sind und dass sie auf den Weich von leben. Und das ist ein bisschen so, dass wenn du jemanden Hummer am Dümen knallst, dann wollen wir so angeliert sein, dass du nicht alle habenbleiben, wie wir das Milch rüberkommen und die Blumen verdrehen möchten, wenn wir uns am Dümen geknallt haben. Aber wenn du passiert, was hast dich, dann hörst du dich, dann hörst du dich, in Gewässerweich reagieren zu mir, weil wir versuchen und dann irgendwo, dann dauern wir automatisch, dann merken wir wieder eine Entscheidung, da war ich zu gehen. Das ist, was wir meinen, dass wir allen so denken wollen, darum war ich von leben. Und so, wie wir von das reden. Und so, wir sind gemerkt für die Gemeinschaft. Gott gebt uns drin, mit wem wir wohnen. Und so, von dir war ich von dir ein bisschen zu denken. Gott sagt es, das ist das. Und Gott, der Herr, du seht, da ist es nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich wollte mich merken, dass er am Posen wird. Und weißt du, wir brauchen das für euch, und das Posen wird nennen, Gott mögt Adam. Und weißt du, in das Anfang, Adam hat manche Tiere, er hat die Nummer gegebt, und er hat nur manche Tiere gecheckt, nur ein Partner. Aber da wird keiner, was Adam posten wird. Und dann, da wird es falsch, wo Gott sagt, dass es nicht gut ist, dass der Mensch allein ist. Er möchte in der Früh, und so werden wir taub. Und weißt du, ans ganzes Leben, das ist gemerkt, mit zwei im Zen. All das Leben in der Welt hat immer zu tun, mit zwei. Hat immer mit der Mondseid und der Frühseid zu tun. Krüht, Blumen, die sind Apelbein, die brauchen Bienen, die haben die Befruchten, und all seine Dinge. Und weißt du, das hat immer zu tun, wie wir sagen, male und female. Das ist bloß, wo das die Welt schafft. Du hast einen Bolten in den Mietern, und du hast, das bloß ist die Welt gemerkt. Also Gott hat uns gemerkt, für zwei. Und so, das ist fair, wenn du zwei Freunde hast, wenn, Jana, der hat immer einen Freund, der kann ihm auch nicht leben. Und so, wenn du eins zwei hast, dann bleibt da vielleicht einer, mit wem die Christen taubt sein. Aber das ist wichtig, dass wir Freunde haben. Und sie haben ein Studium, die tun, das ist all 15, aber 20 Jahre alt. Ich kann nicht, was nie das fängt von dem, aber ich glaube, dass wir sonst ein bisschen, was passiert. Like, Freunde, die sind taubt, sind taubt mit Freunden, das ging von 53 Prozent, noch feiern da, in 20 Jahren. Das meint bloß, dass Menschen, wir sind ja taubt. Wir sind alle allein. Die Welt warst, die Menschheit warst, die wollte ich in dieser Welt. Wir sind 8 Billionen Menschen in der Welt. Aber wir sind immer einsamer und wir sind immer doller allein. Meine frühen Ecke, wir haben eine Gruppe Freunden, mit wem wir manchmal taubt sind. Wir fahren in die Ferne, haben wir in dieser Welt, wir haben immer der große Garbage gemacht. Und so, da war ich dort, wo ich arbeite, und bei mir vor war er, da war es seltsam, ich denke, war er. Und so, da weißt du, wir spielen in den Karten gehen, und der wird verspielt, das ist der große Garbage. Aber die tun sich alle taubt, weil wir da nicht. Und so, das ist es taubt. Aber weißt du, dass die Schein mit Freunden taubt sind? Oder taubt spielen? Das ist von 63 Prozent der Feier in 20 Jahren aufgegangen. Wo Menschen taubt spielen, taubt Karten spielen, oder taubt kommen zum Ende von Dingen. Wir sind allein. Wir sind hängen an dem Screen, oder wir sind Tüß, oder was auch immer. Oder taubt essen? Das ist vielleicht in unserem Heim, oder auch mit Lied, wo wir Lied anladen zum Eten. Das ist von 78 bis 80 Prozent gegangen, in 20 Jahren. Was das meint, ist, dass das Leben einsamer wird. Und so, wir sind gemerkt für die Gemeinschaft. Und das sind Dinge, wo wir können gehen schaffen. Da wir nicht, dass wir hier nicht lernen. Und ich glaube, hier bei uns ist es noch Betas, dort ist es ein Studium, wo es dann nur in Amerika dauern, oder vielleicht besonders in der Städte. Aber wenn ihr unsere Technologie wählt, wo wir in der Bahn sind, dann merkt ihr uns immer einsamer. Na, das sind so positive Dinge, weil wir haben WhatsApp-Gruppen hier in der Schweiz. Wir brauchen nicht für jeden kleine Ding, wenn wir ein Meeting haben. Und dann können wir einfach WhatsApp-Dinger bereden. Und so, da hält uns fertig. Und so, ja, durch diese Covid-Tid, ich war Luther, nachdem wir mal reden von Covid-Tid, aber durch diese Covid-Tid haben wir gelebt mit Zoom. Wir können Meetings haben. Wir haben bei uns mit Städte Predigt Meetings gehabt, besonders aus dem Anfang. Und so, wie können die sein, die können uns sein, wenn wir haben ja unsere Kameras schon, oder wen, und so eine Dinge. So, das wäre eine gute Dinge. Wir können mit Menschen in Kontakt bleiben, wenn die auch weit aufsendet. Wir denken dann auch aus Stephen Dabby, aus der kleinen China-Wir, in dem Trockenhemmel, in Mexiko. Und so, wir wohnen in Kanada. Und Steve schafft hier in der Office, und eigentlich dort in der Office. Und dann fängt doch kurz an, dass wir können durch meine Sache anschreiben. Und dann einmal schreift er mir, dass ich in den Waschraum gehe, ich würde bald drei sein. Ja, eigentlich in Kanada, und ich weiß, was ich mich sehen würde, dass ich in den Waschraum gehe. Und so, aber dort ist die Welt, wo wir leben. Ich nüsse es noch viel Euer, und es kostet noch ein Bild zu schicken. Und so eine Dinge. Ich hoffe, das ist doch nicht. Aber weißt du, das ist die Welt, wo wir leben. Aber wir sind einsam. Wir sitzen, hängen am Screen, wenn wir diese Dinge haben. Aber du kannst mit deinen Freunden vielleicht von der Schuljahr, mit deinem Besten Kontakt, und du willst auch nicht, ob dein Baby, der Affenbeben, all so eine Dinge. Dort wäre es schon mal anders. Aber dort sind vielleicht positive Dinge. Negative Dinge sind, dass wir haben bloß Freunden, die online sind. Und ein halb Prozent von Menschen, ein Studium, was ich lese, die sehen, dass sie keine Freunde haben, bitte online in der Schule, und sie haben sie nie. Aber bloß immer vielleicht ein Bild von dir, ein Leitkopf, oder so eine Dinge. Und dazu kann ich immer alles erreichen, aber das ist bloß ein einsames Leben. Und du bist allein. Und wir sind hängen am Screen, und wir stehen mit Menschen, too. Und sie sagen uns in einem Restaurant, dass das immer zu sein, als ein Couple befried ist oder nicht. Und so, wenn die nicht befried sind, dann hat die sich zuhören. Das ist, was sie sagen. Ich sage nicht, ich sage nicht, aber das ist, was sie sagen. Aber wenn sie befried sind, dann sind wir bei dem Phone, oder der Mond checkt out, und die Früh durchhören. Und so, das ist ein Klienbild, das wird manchmal schafft. Aber, weißt du, es ist ein guter Zeit, wie die ganze Welt, die Zeit verändert. Hier bei uns ist es noch nicht so sehr, wie es ist dort. Ich freue mich auch, aber viele Städte in der Welt, Menschen haben sich aufgewandt, die Leute wegen Covid investieren, bleiben in der Tüße, dass sie mag, die Tüße in den Pajamas, in den Pajamas, in den Pajamas gehen, und sagen, wir wollen die Leute schauen, wenn wir euch tun. Es haben so eine Dinge stehen, aber die Leute beenden, die Leute schaffen, die Leute online, und wir haben viele Menschen, die online schauen, und danken, fahren zu gehen, und horchen, aber die Gemeinschaft haben wir da, die Leute tobt sind, dass sie danach ein einsames Leben haben. Noch ein Studium, was ich lese, dass junge Menschen mit mir an, dass das Dating ist, oder dass wir einen Partner finden, für das Leben, das ist online, dass es nun, so wie 33% sein, von allen Couples, die treffen sich online, und sie glauben, in den nächsten 20 Jahren, wird ein 70% gehen. Und so, ich weiß nicht, vielleicht auch, wer würde noch interessiert sein, mal sehen, wer von denen sich online getroffen hat, und er hat das erste Mal verteilt, irgendwo, über Social Media, oder so, aber das ist selbstverständlich, dass es den, was ich hatte. Ich fragte, einen Morgen, wo er das in der Früh, hat er das erste Mal getroffen, hat er gesagt, aber ah, ich bin da groß, aber ah, irgendwo. Und so, und so, und so, dort wird weniger und weniger, dass wir uns, wo er persönlich trafen, meine Frühen, wir trafen uns bei der Arbeit, sehr weit in der selten Stube, mehr wo er das will, wieder am Stich. Und so, dort trafen wir uns, sozusagen, das erste Mal, und sei wie, mitofreundlich, und so mehr wird es verteilt, und all seine Dinge. Ich denke, ich werde mitstudieren, von Menschen, wo er das Gefängnis, die haben eine Strophe, manchmal, dass sie Menschen, allein in der Strophe, entstanden, solitär, confinement, oder segregation, ansonsten, einigen Mal sind, in denen ich stod, ich kann, ich kann, nicht, was in Kanada, und das Gefängnissystem schafft, und ich vertalte mir, mit meinen Armen, in Kanada, habe ich real, und ich merkte, oder ich habe, eigentlich, gesagt, sie gemerkt, dass ich kann, eine Person, so lange, allein looten, einigen Mal, machen sie, dass sie in der Strophe, wenn sie gefährlich sind, oder sie sind, bloß, emotional, so krank, dass sie nicht, kann man andere sein, aber da machen sie, was sie zum Beispiel, vielleicht counselors, oder Menschen, mit denen ich anrufen, mit ihnen, Menschen, die Menschen sind, die waren, so lange, die haben, emotional, krank, und sie haben, die nicht auszusehen, aber wir sind, zu merken, für die Menschen, mit denen wir waren, und wir sind nicht, dass sie nicht mehr, die Menschen sind, und Menschen sind, Menschen sind, Menschen sind, und Menschen sind, wenn sie, mal, wir haben, ein Film von Castaway, von einem, von einem, jungen Menschen, , vielleicht weiß, ich habe, die Leute, aber das, man, es ist, einander, was wir ihnen verteilt haben. Ich sage, was wir in der Bibel von Robinson Crusoe haben. Wir haben eine Geschichte von uns, die allein auf der Insel zu stehen, wenn wir in den Schöpfen gegangen sind. Es ist eine interessante Geschichte. Wir haben die Geschichte, die wir haben. Wir haben eine Geschichte gemacht. Aber wir sind nicht im Markt für allein sein. Ich habe eine Geschichte von einem Mond, den wir 25 Jahre in Gefängnis haben. Er ist allein in einem Stuhl und er sieht, dass er die höchste Zeit in seinem Leben wie jeder Dachs macht. Der seltsche Stuhl, seltsche Kleer, seltsche Bad, seltsche Wegen. Ein anderer, der schreibt, wir waren acht Jahre in Solitary Confinement, oder allein in einem Stuhl. Er sagt, wenn du acht Jahre gelebt hast, dann hast du acht Jahre Erfahrung. Er hat einen Tag. Jeder Tag, 100% überrein, kriegt das Salz hier. Salz hier Eten, Salz hier Wohnen, Salz hier Bad, alles ist Salz hier. Jeder Tag. Er hat auch ein Tag gelebt, acht Jahre. Er hat eine Erfahrung von acht Jahre. Wir sind gemerkt für Gemeinschaft. Es ist wichtig, dass wir Freunde haben. Durch diese Covid-Zeit, und ich war mit meinen Gelegenheiten von der Covid-Zeit, ich weiß, dass es sehr, welche Teile sind sensitive, sehr deute Meinungen an Bad sind. Aber durch diese Covid-Zeit, habe ich einsamere Menschen geworden. Uns wurde bemüßt, einsamere Menschen zu werden. Und so blieb ich von Menschen, bebein die dir in die Sache, ich saß schon auf, all so eine Dinge ist dort. Meine Mama, die wohnt in Manitoba, die wohnt in einem Apartmentgebiet, und sie ist ein paar hundert Jahre alt, ganz gesund, freiwillig. Und sie sind in der Zeit, in den letzten zwei Jahren, sind wir ein Gefangener in einem Haus. Und meine Sösterin, ein Bruder, der wohnt, und als sie darf, der wohnt durchspiel, weil keiner kann der Hand kommen, sie können der Eten haben bringen, meistens ein bisschen, ein doller Hund müssen bieten, für die Hand sind, dann war der weiche Becken, und können sie da gehen und holen. Dort haben uns bloß interessante Dinge gebracht. Und wir weiten alle, dass dort wir gefährlich sind, und Menschen sind gestorben, und all solche Dinge. Aber wir sind bloß einsamer geworden. Und Menschen blieben da, und du hast nie all kommen, studiert, oder was sie sagen, das sind Dinge, Selbstmord, und emotionale Krankheiten, sind bloß so eine Hechtigung, durch diese Tätigkeit. Die Menschen haben Angst, die Menschen sind allein, und in China können sie hineinkommen, wenn sie sterben, dann irgendwo in eine Stube allein, im Hospital, und da kann China die besiegen. So wie weiten alle von so einer Geschichten an? Und so das bloß, haben uns einsame Menschen gemacht. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir hier in dieser Zeit, bloß ein Begriffnis zu tun haben, von der Person, der allein starb im Hospital, kein anderer konnte nennen, der bloß reingehend allein starb. Und so, wenn wir krank sind, dann fehlt uns dort an Menschen. Ich kam in den letzten Paar weg, und ich sagte, Gott, ich sehe, das ist ein kleiner Kind, der früh mit mir bedauern, und China bringt Nudeln, sorry. Und so, und weißt du, wir wollen Menschen haben ans Leben, wir brauchen Menschen, wenn wir krank sind, und nun ist es so, wenn du krank wirst, dann allein, dann fort. Ich habe gedacht, dass wir, wenn wir den Hof dort geschlagen, und der Samariter dort waren, dann war ich, wir würden dort die Wasser rumgehen, wenn der vielleicht Covid hat, dann würde ich noch krank werden. Das ist, wo wir sind, aus der Welt, mit dieser ganzen Covid-Geschichte. Ich weiß, dass ich gleich viel mit davon reden kann. Aber diese ganze Impf-Geschichte, und da ist noch ein Thema, und so, ich rede mit einem jungen Mann, ich sehe deine Eltern, und ich sage, wenn du dich impfen lässt, bist du nicht mehr ans Kind, brauchst du nicht mehr ins Haus kommen. Like, really? Das ist dort, wo wir sind, aus Gott seine Kenia, wenn er kämpft, so eine Dinge steht. Und so, dann einmal, dann sage ich, ja, come on, wie sind wir gemerkt für die Gemeinschaft? Wuscht du wirklich deine Familie verraten, wenn es dann auch mit denen steht? Und so, aber ich weiß, es sind sehr, sehr starke Meinungen und bad Säden. Aber weißt du, wir haben unsere alten Menschen die Gefangenen gemerkt, in ihre ähnlichen Gebieten, in ihre ähnlichen Stufen bemerkt, in Altenheimen, so eine Dinge. Das ist bloß menschlich. Ich habe so gedacht, er war der Leperkranke durch diese Zeit. Das ist eine Zeit, ein Leperkranke, das war ich von der Familie, war ich von der Gesellschaft, das muss irgendwo bestanden haben. und ich habe all diese Sachen gelesen, ich lese durch die Bibel und ich lese ganz kurz nach den Satz, von dem Gott sind voll geöffnet, wie in den Leperkranke. Und das ist bloß nicht zu glauben, da fühlt sich so kalt blutig. Aber weißt du, wenn du eine Krankheit hast, was immer schlugend ist, und du hast keine medizinische Halt dafür, und hast wenig Erkenntnis, dann rimmeln wir in der Außen der Dinge. Und das ist, was wir durch Covid haben gelesen. Das ist, was wir tun. Und das hat uns sehr einsame Menschen gemerkt, bedragte Menschen gemerkt. Und das ist ein bisschen so, Sianer, der ist alleine auf der Insel, und aus dem der Fingern hat er zwei Töten gebeten. Und dann fragten sie, wieso, hast du doch ganz allein? Wieso, zwei Töten? Und dann sag ich, ich weiß nicht, was mit einer Töte. Und so, ich fuhren, das ist drei, ich weiß nicht, drei Feuerwerke, drei alleine in Kansas. Ich sehe zu den Jungen, da in Kansas, dass ich auch jeder Street gewonnen habe. Und so, aber, eigentlich allein, weil ich auch streiten werde, direkt mit mir selbst. Aber, weißt du, wir haben, wir sind einsame Menschen geworden. Und, so, der Schrift redet viel von unten. Und so, wenn wir unten unten, er sagt, läuft unten unten. Weißt du, das kommt hundertmal fair im Nieder Testament, das Gedanken von unten unten. Fastig mal, von dem mal, habe ich direkt da unten mit, wo wir uns behalten sollen. Und so, ich sage, läuft euch einander, seht einig einander, nehmt euch einander an. Und, da kommt man über einmal drauf an, während das, ja, mal die Covid, das wollen wir uns nicht mehr annehmen. Aber jetzt, du bist hier, und du bist nicht. Und dann kann ich nicht mehr die Taub sein. Really? I mean, dort wo wir sind, das geht es nicht hin. Weißt du, wir sind gemerkt, für die Gemeinschaft. So, nehmt euch einander an, daimt euch einander an, seht geduldig einander an. Leicht uns, hat mitliegen einander an, verdreht und euch an, spänt euch an, für live und go to work. Und so, das wollen wir von dir reden. Wir sind gemerkt, für die Gemeinschaft. Du bist nicht gemerkt, um allein zu sein. Und wenn du schon allein bist, dann fängst du dich irgendwem. Eure Leute, fäng wir uns zu wem. Und so, Jesus, er hat einen Freund zu deinem. Er wählt sich zwölf Mann, und dann wählt er sich noch, ein Teil anderer, und sagt, er wählt sich 70 andere, und sagt er immer, zwei und zwei, fern sich noch all die Städte, in der Arbeit zu gehen, wo er rechten hat zu gehen. So, Jesus, er wisst, wir brücken uns zusammen. Was sagt, Jungwir, 18, 17, 18 Jahre, über das so, dann wird einmal eine Weihnachten verwickelt, mit einer Missionsorganisation, die heute OEM, oder Operation Mobilisation, die ist von der Nacht im Drehen, in diversen Städten in der Welt. Und dann, wir waren in der Gruppe, die Jugend, von der Tjeik, wo ich angemeldet wird, verwickelt wird, und so, wir fuhren nach Monklover, Kauwila. Und da in der Stadt, da hatten sie, eine andere, eine große Kampagne. Und dann, wir waren in der Gruppe, in der Nachte Gruppe, mit einer anderen Tjeik, in der Stadt, Topstall, und dann, in der Part von der Stadt, wo die Tjeik wird, da muss wir, der zu der, gehen, die Bibeln anbinden, die Opferenten reden, dann die Anreden von Jesus, und so andere Dinge. So dann, da hatten sie immer, zwei bei zwei, rutschicken. Und dann, die Menschen, von der ganzen Welt, von Monklover, und so, da war eine sehr interessante Erfahrung. Aber sie, mit Taub, mit einem ganz schwarter Guy, und dann in Engelsch, und ich kunde Engelsch. Und so, wir ging evangelisieren. Und mit, dann liete sie sich, mit Fingerschweizen, und weiss nicht, aber, so, ich kunde mit Spanisch, und ich rede mit den Menschen, und heute beten, und so dann, und wir gingen, in uns, von der Stadt rum, sehr interessante Erfahrung, über zwei bei zwei. Und so, das ist, wo Jesus, seine Jüngere zeigt, zwei bei zwei. Und ich sehe, dass die Welt ist, mit zwei im Sinn. Und so, der Mensch, das ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Und wir waren krank, emotional krank, wenn wir allein sind. Wir fangen vor nicht an zu denken. Wenn du ein Mensch kannst, immer allein ist, der hat einmal in weird ways, die denken bloß interessant. Und so, das ist bloß, wir sind gemerkt, da sage ich, ein Maße schwappt das andere, so ist ein Maße, den anderen halb. Und dann, weißt du, meine Großpapa, der schlag schwein, und dann, strecke, kann den strecke, und dann wird das Maße geschwappt, und dann wird von der Brücke angegenommen, und dann wird er geschnitten. Und so dann, da haben wir schweinschlägen. Und so haben wir ihn das bekommen. Aber weißt du, was das meint, ist, dass ein Mann halb den anderen, ich verjahe mich, ich verjahe mich, ich verjahe mich, aber ich habe einen Guter Freund, und der kann mich zu sehen, und sagen, hey John, das sind wir nicht ganz recht, was du hier machst. Das sagt Menschen, was wir brauchen. Weißt du, ein Mann schwappt den Mann, und in der Früh schwappt den früher, aber ein Mensch schwappt den anderen, wir brauchen uns einander. Wir verfahren uns, wir sind Menschen, aber einmal haben wir uns ein bisschen verjahen. Und so, er sagt, dass das zu zwei sein ist, später aus allein. Aus allein sein. Die haben einen Schein gehauen, und das wird sie da. Das war, ich denke, das ist modern so, wenn du einen Guter Freund hast. Einmal sind zwei taubt, dass das Hing und Karten sei, wenn ich, aber wir mal an euch denken. Wenn zwei stecken an euch taubt sind, dann wird der Schein. Das ist ein wundervoller Ding. Aber da kann man manchmal anders sein. Aber das ist auch hier zu zwei sein. Weißt du, wir sind gemerkt für zwei. Wir brauchen zwei. Das sind Dinge, was allein kostet nicht allein. Und ich hatte einen Freund, und ich sagte, was, ich meine, das ist nicht mein Freund, wenn wir haben, soll ja nicht sein, aber wir sind allein auf der Stab, und mit einem Kornpicker, oder was auch immer, und wir sind irgendwas auch. Und so, hey, jetzt haben wir einen Pülen, aber die Leute drehen, wenn die Tür stoppt, oder was auch immer. So, er freut seine Hunde dann an, und wir sind ganz allein, verlor seine Hunde. Ich sage, wir sind ganz allein, und dann ein anderes Lied, wo die Menschen, die kommen dort ab und sterben, wenn sie ihren Ohren verraten, in den Seilutschkarten. Und so sind wir, wie weit denn vielleicht alle Geschichten von allein, wo wir fast geklappt, und so die ist dort gestorben. Und dann sage ich, es steht, wenn einer eine Hand fällt, dann hält der andere den ab. Aber das wird schwierig sein, wenn einer, der allein ist, Hand fällt, und dort kein anderer wird damit abhalten. Schlussendlich treten wir und unsere beste Schwierdachter ihre Eltern hier. Und dann schafften wir dort, und er schafft die Hydroverläden, und ich wieder ab dem Lader, der Lader wird nicht lang, aber ich wieder ganz am Tag, mit den Speckern, und die Lader, die stört, und ich habe ein Loch, und ich habe ein Loch, und ich habe ein Loch, wo die Draht soll verlängern, und dann rutscht die Lader auf den Fuß. und ich habe ein Loch, und ich habe ein Loch, und ich knall das ab den Schmähdäschchen ab, und das Schmähdäsch hat mein Leben, das ist ziemlich so her, und dann von du ab bis Sement flogen ab. Und wenn ich habe ein Loch, der wird in der Fuß, und ich liegt da oben, und ich kann da gleich los, dann wird das so verändern, das heute wieder. Und wenn ich habe ein paar Wege, ein Schwester Loch, der wird zum Glück nicht frei, wenn ich über eine Säure vertiehlt, in der Zeit beteiligt war. Und so, da wird bei einem und merkt das sehr, dass wenn die zwei sind, vielleicht hast du mal und die anderen können die loshalten, oder so eine Dinge. Aber weißt du, das ist nicht bloß scharpelig, das ist einmal emotional wie fast. Aber wir sind bloß vielleicht jästlich fast, und dann haben wir einen Freund, der hält uns. Ich sage, aber wenn zwei Tauben liegen, dann halten sie ihn ohne warm. Aber wo kann einer sich warm? Und weißt du, eine andere Hatterie, die merkt nicht viel zu sehen, wie er hieß, was er hat, aber manchmal hört einer vielleicht von Menschen in der Bäume oder so, die Tauben danach, und die grünen Tauben war kalt danach, die sagen, wie viele Hände gebraucht haben, die sich warm. Aber weißt du, dann war es kurz angeschlossen, und dann sind zwei kalte Feind in den Regen. Und dann hängt ein Stott am Bein. Und dann ist es wichtig, dass du gelehrt bist, nicht da mal wieder sein. Das war eine Hostie. Das wurde nicht verstanden, wie man uns verstanden lernt, dass das Reich denkt. Aber weißt du, wir sind gemerkt, einer von anderen. Das ist wichtig, dass wir da weit sind, wir sind zu zwei. Du wirst für zwei gemerkt. Du wirst nicht gemerkt, um allein zu sein. Gott sei es nicht gut, dass der Mensch allein ist. Wir sind gemerkt für Gemeinschaft. und wir wollen Freunden haben, wir wollen Importen haben, so eine Dinge ist dort. Du sagst, da kann einer den Macht haben, aber der andere, aber zwei können sich wehren. Und drei Schnur in den Strang redet nicht gleich auf. Und so, wenn die Vorwohnern kommen, vielleicht uns von unten geraten, aber was auch immer das ist, dann wird einmal dann halt das, dass wir wehren haben. Aber das Ding ist, das ist besser. Ich sag, das ist besser. Das ist besser für zwei sein, aus allein. Und das ist der Thema von wir sind gemerkt für Gemeinschaft. Und so, das ist ein Ding, das ist ein Wachverdenken. Wir müssen ein Freund sein, um ein Freund zu haben. Und wir sind einmal in einer großen Zeit, aber wir sind allein. Wir sind einsam. Vielleicht kommen wir bloß näher und gehen rüber. Und China ist mein Freund. China gleich mich. Und vielleicht haben wir wo wir sitzen und denken, ja weißt du, China gleich mich, ich armer Mensch, ich sie immer allein, China gleich mich, und so ein Leben ist dort. Aber weißt du, wie wir ein Freund sind, wenn ein Freund hat, dort geht es bad ways. Aber das ist besser, wie die Arbeit, wenn wir irre treu sind. Das ist besser, durch Momente von Schwachheit, wenn wir irre treu sind. Das ist besser, wenn wir überleben, oder wir krank wollen, oder uns gerettet werden, das ist besser, dass wir irre treu sind. Das ist besser, dass wir irre treu sind. Weißt du, wenn du nicht befreit bist, wenn du nicht befreit bist, dann hast du nichts mit dir. Das ist nicht, was ich meine. Aber wie wollen wir da noch Freunde haben? Weißt du, Sport ist besser, wenn das kompetitive ist. Oder wenn du ein Sport gehst, und die sind so einfach rein. Das ist scheinbar, wenn einer ist, wie ich verraten. Und das ist bloß, das Leben ist. Wir denken eigentlich mal so, kompetentia, das ist nicht, was gaudet. Aber das ist. Kompetentia ist, was gaudet für dich. Auch mit Prisen, mit Köpen. Wenn du den Oberschauern auch sonst machst, und du kannst nicht mit den Prisen ganz wild sein. All solche Dinge sind dort, so dass es besser, zwei aus einer. Das ganze Leben ist dafür eingereicht. So wir sind gemerkt für Gemeinschaft. Und Gott gibt uns mit wem wir wissen. Wer wird auch mal taub sein? Wir sind gemerkt für Gemeinschaft. Noch einmal. Wir sind gemerkt für Gemeinschaft. Gott gibt uns mit wem wir wissen. Und so, wir sind gemerkt für Gemeinschaft. Wer wird uns im Denken haben. Wer wird frinnen sind. Wer wird frinnen haben. Sieht mit frinnen, top. Aber sieht mit dem, top. Wir brücken uns und uns. Uns fehlt das an uns und uns. Und dann kommt es und denkt, es ist Covid ab. Und die Welt lernt uns, sie allein. Aber wenn die das gesagt. Sie sahen uns, dass, ich lasse noch ein Studium, wo sie sahen, dass Kinder, von den Lehrern von den Lehrern zu sein. Die Lehrern reich reden, von den Älteren in der Schule. Und die Kinder haben eine hohe Täter zu lernen. Die Lehrern können die Lehrern die Müllnerven sein. Und so, verschiedene Dinge haben sich gemacht. Wir sind gemerkt für die Gemeinschaft. Wenn wir nicht so denken, eine Impfung oder einzelne Dinge anzulösen, bloß einfach unsere Familie verrieren, unsere Eier verrieren, unser Freundschaft verrieren. Erst dort werden wir sind, als Gott sind die Kinder. Wir sind gemerkt für die Gemeinschaft. Gott gebt uns mit wem wir waren. In unserer Welt, die Technologien und all das, das wird nicht spannend geworden. Und so will man uns anstrengen zum Freund haben. Wenn wir nicht leicht bloß online einen Freund haben, in so einer Dinge steht, und ich sage, dass wir alle anderen haben. Aber wir brauchen ein Freund. Wir haben uns gebührt mit diesem Sinn. Wir trinken einen Kaffee und wir sind länger hier, wir kommen hier, wir bleiben länger, wenn so eine Dinge steht, dass wir ganz mit fließen. Wenn wir haben, das wird, was wir haben, wir sind gemerkt für die Gemeinschaft, da werden wir überleben. Wir wollen uns dort denken, dass wir nicht bloß allein sind. Wenn allein warst du krank, du warst emotional krank, dir fehlt es, dass wer die schworten wird, dir fehlt es, dass wer die noch einmal einen Betrag bringt. und so, dass wir eine Gruppe Freunde haben, eine kleine Gruppe haben, wo sie sind, wir haben in unseren kleinen Gruppen vor den letzten paar Jahren, da haben wir einen Augenblick in der kleinen Gruppe, die halten sich ohne, die bringen Eten, und so, dass wir nicht mit Geld zu tun, wenn du Freunde hast. Aber mit dem Freunde haben wir ein Freund sein. Gott hat uns gemerkt für Gemeinschaft. Wir wollen nicht allein leben. Wir wollen nicht nicht Dinge über die Welt uns tragen, einer von anderen. Wenn das Covid abkommt, dann wissen wir nicht, wir werden nicht, wir können nicht wir können nicht machen, wir werden nicht machen, wir werden nicht machen, wir nicht machen. Wir sind allein in Wundern, dass wir sind, wir haben niemals krank wir haben die Menschen und krank sind. Aber wenn es nicht lohnt, wir sind allein sein, wir haben keine Freunde mehr, wir bleiben allein zu, du blieb, blieb, du blieb, 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 du blieb, nicht sterben, wir wir nicht sterben, nicht sterben, wir nicht sterben, wir wir sterben, wir sind gemerkt für die Gemeinschaft. Gott gebt uns Freunden, mit wem wir nehmen, ich danke dir für Menschen, wir leben, wir leben, wir wir sind in Krankheit, uns fehlt ein Freund, du bist ein Mensch, wenn du bist mit Gott versäunt, wir waren versäunt als fremden. Amen. Gebetsteam ist fair, wenn ein Gebet fehlt, kommt her, ihr sind und loten. merkt an, trink coffee, top hat eine gute nach. vor r auf r Untertitelung des ZDF, 2020